Was ist eigentlich generative KI? Wenn neue Inhalte von künstlicher Intelligenz erstellt werden, spricht man von generativer KI. Das können Texte und Bilder, aber auch Videos, Musik oder Stimmen sein. Dazu beschreibt man per Chat-Dialogfeld, was die KI erzeugen soll. Diese Beschreibung wird als prompt bezeichnet. Die KI-Tools liefern Antworten auf beliebige Fragen, fassen komplexe Inhalte zusammen und generieren in kürzester Zeit vielfältige Ideen. Je nach Anwendung können Kurzgeschichten, Gemälde, Programmiercode oder auch musikalische Kompositionen entstehen. Grundlage für die Erstellung sind große Datenmengen, auf die das KI-System zurückgreift, um daraus Muster und Ähnlichkeiten abzuleiten. Die durch die KI produzierten Inhalte sind neu. Sie sind oft beeindruckend und nur schwer von denen zu unterscheiden, die Menschen kreiert haben. Generative KI kann auch missbraucht werden. Bei den sogenannten Deepfakes werden mithilfe von KI realistisch wirkende Bilder oder Videos erzeugt und als echt ausgegeben. Auch KI-generierte Texte sind nur schwer als solche zu erkennen. Außerdem kann die KI auch Antworten geben, die richtig klingen, aber falsch sind. Man nennt das Halluzinieren. Entscheidend für die Qualität der erzeugten Inhalte ist zum einen die Qualität der zugrunde liegenden Daten und zum anderen die Qualität der Prompts. Für einen souveränen Umgang mit generativer KI müssen wir lernen, die Tools mit sinnvollen Prompts zu steuern und sie reflektiert einzusetzen. Generative KI hat großes Potenzial und kann uns vielseitig unterstützen, zum Beispiel als Schreib- oder Lernpartner. Dabei sollte die KI die Fleißarbeit machen und der Mensch die Fakten verantworten.